Ich heiße Myung-Soo Lee und ein Journalist von Goal Korea. Bitte stellen Sie vor. Ja, mein Name ist Dennis Melzer. Ich arbeite seit über sechs Jahren jetzt mittlerweile bei Goal in Deutschland. Und seit drei Jahren bin ich Reporter für FC Bayern und die deutsche Nationalmannschaft. Ich begleite den FC Bayern vor allem bei Auswärtsspielen und Heimspielen, war beim Champions-League-Finalturnier in Lissabon im vergangenen Sommer und bin bei allen wichtigen Champions-League-Spielen auch auswärts vor Ort. Und in der WM 2018 habe ich die deutsche Nationalmannschaft begleitet, auch in Russland. Das sind meine Aufgaben. Ich mache alles, was mit Bayern zu tun hat, vor allem Bayern. Und das ist meine Aufgabe bei Goal, ja. Und also in 2018, warst du das Spiel gegen Südkorea auch, oder? Ja, ich war in Kasam. Das war sehr überraschend. Südkorea hat Zufall gespielt gegen Deutschland. Aber alle Journalisten waren sehr überrascht, dass Deutschland so schlecht gespielt hat, keine Chance hatte. Und zwei Tage später bin ich wieder nach Hause geflogen. Ich hatte meinen Koffer gepackt für vier Wochen, weil ich dachte, Deutschland kommt bald. Aber dann war nach der Niederlage gegen Mexiko und der Niederlage gegen Südkorea war für Deutschland als Weltmeister schon Schluss, ja. Ja, damals war ich in Köln. Ja, ich war auch sehr, sehr überraschend. Und damals war ich nicht Goal-Korea-Journalist. Andere Firma. Also ich habe geschrieben, viele Artikel, die Stimmung in Deutschland. Ich habe eine Frage über die Hangman-Zone. Mhm. Okay. Es gibt ein Rumor, das zum Ex-Bayern wechseln wird. Aber ja, ich bin nicht sicher. Und wie war die Atmosphäre unter deutschen Journalisten? Das Thema wurde in Deutschland tatsächlich gar nicht so groß gehangen, weil, glaube ich, an dem Gerücht selbst jetzt nicht so viel dran ist. Weil vor allem, was jetzt den nächsten Sommer angeht, wurde jetzt so in Deutschland auch von den großen Medien, wie die Bild-Zeitung zum Beispiel, wurde nicht so das Ganze als realistisch gesehen. Aus dem einfachen Grund, dass Bayern mit Kingsley Coman, Serge Gnab wie Leroy Sané auf den Außen sehr, sehr gut besetzt ist und das auch im nächsten Sommer sein wird. Bayern hat im Vergangenen so sehr viel Geld für Leroy Sané in die Hand genommen. Und Thomas Müller spielt auf der 10, wird auch noch zwei, drei Jahre da spielen. Und dementsprechend, dadurch, dass Heumensson auch sehr teuer natürlich wäre, sein Vertrag läuft noch bis 2023, wird ein Transfer im kommenden Sommer quasi ausgeschlossen. Möglich, wenn überhaupt, wäre ein Transfer im übernächsten Sommer, also 2020. Aber das natürlich auch nur, wenn Son seinen Vertrag bei Tottenham nicht verlängern sollte. Auch dann müsste halt einer gehen, dann müsste Coman, Sané oder Gnab wie einer von denen müsste den Verein verlassen und das ist aktuell nicht absehbar eigentlich. Und also noch andere Lummer, dass Lucas Basquez von Real Madrid nach FC Bayern wechseln kann. Ist das auch möglich oder unmöglich? Also Lucas Basquez würde ich zumindest etwas realistischer betrachten als Son, weil Basquez ist sehr flexibel. Er kann zum Beispiel auch rechter Verteidiger spielen. Und da liegt bei Bayern im Moment so ein bisschen die Baustelle, weil Benjamin Pavard ist gesetzt auf der rechten Seite. Joshua Kimmich kann natürlich auf der rechten Seite spielen, aber das ist absolut nicht die Wunschlösung. Kimmich ist Mittelfeldspieler, er will selbst im Mittelfeld spielen, er ist auch im Mittelfeld, er zählt zu den besten Sechtern der Welt. Lothar Matthäus hat am Wochenende gesagt, Kimmich ist der beste Sechser der Welt. Da wäre Basquez vielleicht eine Alternative, weil die Alternative im Moment, die klassische zu Benjamin Pavard, ist Bounassar. Und der hat leider, muss man sagen, nicht das Niveau, das der FC Bayern benötigt, um ganz vorne in der Champions League zu spielen. Sollte sich Pavard verletzen. Ja, also ich habe gedacht, dass Lukas Basquez kann Open-Tipp-Flieger spielen, aber Bayern denkt, er ist Defensive-Spieler. Ja, also natürlich dadurch, dass Basquez so flexibel ist. Bayern hat im Moment Douglas Costa noch von Juventus ausgeliehen, der wird definitiv aber im Sommer wieder gehen. Das war eine Laie von Juventus. Das heißt, sollte sich Coman oder Gnabry oder beide verletzen, dann wäre natürlich Basquez eine Alternative, die jetzt auch nicht so teuer wäre wie Son beispielsweise. Und er hatte den großen Vorteil, dass er eben auch defensiv spielen kann. Ja, okay. Und noch eine andere Frage. Wie wärst du die Leistung von Son? Es ist sehr schwer zu spielen für FC Bayern München, aber wie denkst du denn? Also ich glaube, dass Holminsson sich in den vergangenen Jahren extrem gut entwickelt hat. Ich kenne ihn noch vor allem aus der Zeit in Leverkusen. Ja. Natürlich auch am Anfang beim HSV, wo er als junger Spieler kam und auch schon gute Leistungen gezeigt hat. Aber ich glaube, er hat bei Leverkusen nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, weshalb Tottenham ihn ja auch dann geholt hat und zum damaligen Rekordabgang von Leverkusen gemacht hat für über 30 Millionen. Und ich sehe ihn als einen der besten Spieler überhaupt auf seiner Position. Dementsprechend bin ich der Meinung, dass Son jedem Verein auf der Welt weiterhelfen kann. Natürlich dann auch dementsprechend Bayern. Aber wie ich gesagt habe, Bayern ist auf den Außen sehr, sehr gut besetzt und keiner dieser aktuellen Spieler wäre, glaube ich, gewillt, sich auf die Bank zu setzen. Und am wenigsten natürlich Son, weil das kein Spieler ist, den man wie jetzt zum Beispiel Vasquez als Backup-Spieler holen würde, sondern wenn man einen Holminsson holt, dann spielt er auch. Oder dann muss er auch spielen, meiner Meinung nach. Und deiner Meinung nach, welche Mannschaft für ihn? Ja, ich glaube bei ihm, also Tottenham ist schon eine große Mannschaft. Das heißt, der nächste Schritt wäre, zu einer noch größeren Mannschaft zu wechseln. Und da kommen nicht mehr so viele Mannschaften infrage. Da denke ich vielleicht an Manchester City, eben den FC Bayern, Real Madrid, Barcelona und vielleicht noch PSG. Da sind natürlich auch alle Mannschaften im Prinzip gut besetzt auf den jeweiligen Positionen. Also wenn ich an PSG denke, mit Mbappé, mit Neymar. Aber ich glaube, sollte ein Verein das Geld für ihn haben, würde er von diesen großen fünf, die ich gerade genannt habe, glaube ich, jedem Team auch weiterhelfen können. Das Problem ist halt, glaube ich, gerade in Corona-Zeiten, die Bezahlung, die Abhilfe zu zahlen. Und da, das ist, glaube ich, so das Hauptproblem. Aber im Prinzip, also wenn jetzt Corona nicht wäre, wenn wir uns das mal wegdenken würden, dann würde Son meiner Meinung nach jeder Mannschaft auf der Welt weiterhelfen. Ja, vielleicht vor zwei, drei, vor zwei oder drei Jahren. Ich habe gehört, ein Rumor, dass Adidas oder Bundesliga Asian Bureau kann helfen. So kann mein Sohn nach FC Bayern München wechseln. Aber wie denkst du denn, die FC Bayern hat interessant an Asian Marketing? Ja, also ich weiß ja von Bayern, sie machen ja diese Reisen nach China. Und der FC Bayern ist ein Klub, der immer auf das Ausland schaut und vor allem auf das entfernte Ausland. Also gerade der asiatische und der US-amerikanische Markt sind für Bayern sehr, sehr wichtig. Wir haben ein Büro auch in den USA, New York. Sie machen eben diese Reisen natürlich auch, um bekannter zu werden, noch bekannter zu werden, gerade auch im asiatischen Raum. Deshalb, ich glaube, dass Son, und ich denke da gerade an Leverkusen, als Son noch nicht so berühmt war. Aber da hat Leverkusen danach LG als Sponsor angezogen. Ein großes Interesse in Korea geweckt. Das ist, ich glaube, wenn ein Spieler wie Son, der ist ja mit Abstand der beste Spieler aus Südkorea. Genau wie es damals Javier Hernandez war, Chichavito, Mexiko. Diese Spieler ziehen natürlich sehr viele Fans zu einem Verein. Leverkusen ist nicht so bekannt wie Bayern, aber dadurch, dass Son zu Leverkusen gegangen ist, hat er in Südkorea eine große Masse an Leuten dazu bewogen, dass sie Leverkusen die Daumen drücken zum Beispiel. Ja. Und ich glaube, dass das generell für Bayern natürlich interessant ist, auf den asiatischen Markt Fuß zu fassen. Das haben sie auch schon getan. Und als Marketingbotschafter sind Spieler wie Son natürlich dann Gold wert. Aber ich glaube, dass Bayern jetzt anders als Leverkusen da schon so ein bisschen den Fuß in der Tür hat, auch schon bekannt ist. Aber klar, also Leute wie Son in Südkorea noch mal das Interesse für den FC Bayern hochzweiten ist natürlich immer interessant. Aber dennoch denke ich, dass der Transfer aktuell das Schwedigste ist. Ja, vielleicht ist es sehr, sehr schwer. Aber ich hoffe, dass Bayern in Südkorea ein Trainingslager stattfindet. Und du auch leidest nach Südkorea. Und ich hoffe, zusammentreffen. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020